Heute mal mit italienischer Vogelstreck, vorne ist eine blaue Kappe, mit Color, mit was sichtisch ist wie Zink mit Rotlichtspur, schauen wir mal einfach hier wie die aussehen. Heute mit Vorstreck noch dazu, mit italienischer, mit Rotlichtspur und dann noch den Zink 532, so wie ihr seht hier, Zink, rauskam oder steht hier, mit dem hier, zack, also, so, heute ist der dreißigste, dann gucken wir mal, was bellert hier. Vielen Dank. 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 Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da geht's doch mehr ab. Glaubt mir alle. Batsch. Ja. Seht ihr den Boss muss einmal schießen und dann bum. Bumm. Musik